Herzlich willkommen zu Tomb Raider. Folgendes, wir sind hier in dem Level, wo ich immer noch nicht weiß, wie es heißt. Ja, einzig. Ich wollte aber erstmal hier vielleicht gucken, oder? Oha. Frame Rate ist niedrig, da ist auch ein Gang. Ne, wir gehen erstmal hier hin. Das sind mir zu viele Einflüsse. Wir haben auf jeden Fall einen Kammerschlüssel. Kammerschlüssel. Hier ist mal schön beleuchtet. Hier bleibe ich. Okay, cool. Ja, okay. Deswegen hat mich schon gewundert, weil der Gang ist ja direkt hier unten. So, folgende Geschichte. Ich hänge ein bisschen ab. Ich wollte einfach nur meine Muskeln demonstrieren. Soll ich da ran springen, oder was? Der war... Da musst du selbst wissen. Okay. Vielleicht doch der andere. Vielleicht. Okay. Wir waren noch nicht unten, sind aber jetzt oben. Hallo, Feuer. Wir müssen überall einmal sterben. Das ist Tradition. Bin ich da runtergefangen? Okay. Vielleicht komme ich nämlich von... Ah, von hier da oben hin. Ein Glück bin ich ins Feuer gegangen. Sonst hätten wir es nie rausgefunden. Sehr schön. Eine wahre Akrobatin. Die da war. So. Oh. Das wäre jetzt wirklich keine Absicht. Komme ich auch. Okay. Na, überhastet. Vorher Sicht. Ich glaube irgendwie ein normaler Sprung. Ja. Großer hätte es wahrscheinlich auch getan. Nein. Zabala da ist. Äh. Äh. Nein. Ah, okay. Was denn dann? Okay. Cool. Wir wissen zumindest, irgendwann müssen wir da hoch. Aber nicht jetzt. Was haben wir hier? Wahnsinn, was die rausgeholt haben. Aus dem... aus dem... aus der PS1 zu der Zeit. Schon Wahnsinn. So, dahinter geht es irgendwie runter. Ja. Kannst du wahrscheinlich sliden. Das vielleicht dann auch nicht den Fall Damage. Kann ich hier... Okay, cool. Und hier? Ne. Das eher nicht. Okay, das war zumindest ohne Schaden. Aber gut zu wissen, dass wir... Guck mal. Hier ist auch ein Gang. Da kann schon was los hier. Sinnvoll. Okay, ich würde mal sagen, wir gucken erst mal hier. Ja, ich bin heute glaube ich bei 15 Videos schon. Äh. Irgendwann sagt die Stimme Bye-Bye, ist so ein bisschen ASMR mäßig, siehst du hören das ist auch schon Matsch, ich höre jemanden, ah ok, kann man machen, mit der Pistole, naja, kämpferisch gestorben, erstmal Überblick, sieht gut aus, was hat es mit den Kisten auf sich, dir sein, vielleicht, weil ich das kann, denkst halt immer dahinter ist irgendwas versteckt, vielleicht ist er aber irgendwie ein Schalter, ist die verschiebbar, ne ne, sieht nicht so aus, ne, ok, dann hätte der Raum keine Funktion, bei Tomb Raider keine Räume, die keine Funktion nach, die Box, die ist verschiebbar, die Box, die ist verschiebbar. Vielleicht auch einfach, sieht jeder Verschiebbar aus, die ich anleuchte, aber die ist verschiebbar. Aha. Habe ich es gesagt? Wie viele haben wir noch von denen? Vergiss es. Die ist verschiebbar. Ist interessant, das Fackeln, das Beleuchten. Okay. Sag ich doch, es gibt bei Tomb Raider keine Räume ohne Funktionen. So, die ist nicht verschiebbar. Die ist bekletterbar. So, kann ich nicht verschieben? Die einzige, die ich schieben kann, ist die hier. Deswegen kommst du so in den anderen Raum. Ah, sieh sieh. Schieb den mal noch weiter. Ich weiß auch nicht, ob es clever ist. Könnte ich die noch? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist falsch. Kann an mir liegen. Jetzt kriege ich wohl einen rüber. Na klar. Bestimmt von hinten auch, oder? Alter, nö, 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 nö. Aber warte. Wollte ich mir eh noch mal nö, 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 nö. Ist ja falsch. Den hier? Ne, den kann ich gar nicht. So. Wollte ich den wegnehmen? Ich weiß nicht, wenn du den wegnehmen? Ja. Ich weiß nicht. So. Oh, es ist eine Eure. Ja, ich weiß nicht. Das ist nicht wichtig. Ich weiß nicht. Ihr ermutigt mich und da haben mich, aber ich weiß nicht. Es ist halt die Frage, wo wir ran müssen und ob sich ein Gang öffnet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du musst die oberen auch verschieben. Ich lasse ihn erstmal hier stehen. So, kommt der. Ah, sie schießt immer noch auf den, ne? Ja, 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 ja. Ja, mich auch. Hat sie einen? Ja, hat sie. Die sie einfach nicht springt. Sag mal, das muss ich da wohl hinbekommen. Sie springt einfach nicht nach hinten. Spring, spring, spring. Das kann doch nicht sein, warum springt sie nicht nach hinten? So springt einfach nicht. Ich meine, mehr als Viereckdoten kann ich nicht. Ihr seid ein paar Vögel. Was ist das denn? An der Lampe. Dachte, da wäre ein Schalter. Sehe, schon überall Schalter. Ach nee, warte mal jetzt zu. Ich dachte, er wäre offen. Vielleicht aber im Nebenraum. Na, okay, ja, ich hier. Vergiss es. Dann bin ich danach. Ja, hab ich, hab ich. Ja, hab ich. Ja, hab ich, hab ich. Könnte es das sein? Ob ich den anderen auch schieben kann? Also den links? Okay, wichtig. Es wäre so bitter, wenn das jetzt anders wäre. Ich meine, immerhin. Hä? Den kann ich nicht schieben. Kann ich dienen? Theoretisch? Oh Gott. Kann ich vergessen. Das war noch nicht alles. Definitiv nicht. Okay. Okay. Applaus schaden bekommen dachte ich mir natürlich ist aber auch verzwickt was gibt es unten was gibt es oben ist doch alles ach das war es oder ist dann schalter wir fragen nicht wir machen sind mir zu viele gänge hier geht es runter er ist ganz vergessen hier geht es hoch ach so dachten wir haben jetzt unsichtbare gegner können ja mal die ausprobieren mal sehen wie die sich macht glaub ich hätte absetzen müssen glaub das geht auch so nicht eine spekulieren dass du runterfällst weißt was ich mal testen will schweinehunde jetzt aus der aus der hüfte ist ja alles mit granaten benutzen haben wir noch nicht also außer einmal zum ausprobieren mit zwischenspeicher wie kann das sein dass sie nicht alle gleich in die luft fliegen sag mal raste aus ja ich könnte runter springen ich glaube ich soll runter stärkste wache ich glaube schon er meint viel erste hilfe super viel da kam noch gar keiner ups ups ich nehme eine stoppohr und ich fühle mich aus in auch zu in ich Motivation Oh, 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 oh. Ich habe nichts gespeichert. Es hat eben so schön, so schön stehen bleiben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kamar? Ich glaube, der ist auch hin. Hast du Bock, den anderen ins Visier zu nehmen? Ah. Ich sehe einfach nichts. Noch macht er U. Ich glaube, jetzt nicht mehr. Ja gut, ich glaube, wir haben das Beste gemacht aus der Situation. Gott. Ja, es hat die Frage, runter oder nicht runter? Spiel schubst dich ja dahin. Trinkpäckchen. Aha. Sehr schön. Aha. So, haben wir es fast wieder drin. Aha. Jetzt kommt noch einer. Schweinebande. Feuer. Ich sehe ja nichts. Unterhörer Feuer. Okay. Cool. Das war cool. Okay. Damit kann ich leben. Macht das Level wieder ein bisschen lineare. Lara. Das ist gut. Wegen Lara, ne? Croft. Der Witz. Ja. Okay. Dann gehen wir mal raus. Ja. Die Gegner sind auch weg. Besser als welche er wieder hätte rein müssen. Warte, 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 warte. Ne. aber das ist aber ein witz jetzt sexuelle belastung wo kam der her also da ist das tor ja gut aber war trotzdem okay das eben war halt unnötig das heißt hier können wir wieder zurück hier haben wir unsere special mission okay vollkommen okay was ist das hier warum ist da noch eine treppe ich weiß nicht ob das der richtige weg immer ist mit dem absteigen hier geht es aber auch nicht weiter glaub nicht nicht runterfallen sehr schön kann ich mich umgucken ja nee da ist eine plattform die uns nicht durchgelassen hätte guck mal leiter wahnsinn und dunkel ne da ist nix na komm speichern sehr schön sehr schön sehr schön tierum ist bestimmt ein gegner ja ist da ein witz gut gut hatten wir so aber auch noch nicht mit den leitern haben sie es aber im zweiten teil ich meine im vorherigen level hatte sie auch die große flucht und dann konnte sie rechts und links hoch die eine seite muss das ja glaube ich nur so ein tier liegt jetzt nix einmal munition aber das wäre so mies ja das war's ja ist okay ist okay können wir machen habt ihr noch eine rutsche wie viele brauchen wir und wo ist der unterschied zweimal gebetsrunde brauchen bestimmt mindestens drei ach nee kann ich mit dem ding was machen okay das geht ja dachte muss jetzt wirklich alles runterklettern na okay das ist ja entspannt egal keine neuen gegner sag mal ist hier noch irgendwas cool haben wir es auch erledigt ja war ja klar dass du irgendwo lang musst weil ja oben war ja zu äh oben war zu äh oben war zu äh oben war zu äh oben war zu Vorsicht, ist okay, so Feinde, noch nicht, so, warum kommst du hier nicht durch? Ah, nee, warte mal, den konntest du nicht streamen, ne, ich wette hier oben ist auch ein Schalter. Aber wie kann ich dir anders hin? Ah ja, logisch. Klar. Ja. Warte mal, war da irgendwas? Ne, oder? Da war jetzt nix, ich bin mir unsicher. Da ist doch nix. Ne. Ne, ne. Okay. So, wenn wir das haben, machen wir den. Es hat aber auch gedauert, bis mir die Idee kam. Naja, kann's nix machen. Wollte grad sagen. So. Oh. Vielleicht ist da auch echt nix. Genau. Ja, doch. Ja, doch. Mhm, mhm, mhm. Das ist es. Ich müsste es ja dann zurück. Ja, mal sehen. Weißer hätte ich das wieder nachgeguckt, hätte ich mich geärgert. Vielleicht ist das auch total sinnlos. Mal sehen. Oh, ich Couch. Ich kann den anderen natürlich jetzt auch wegschieben. Sag mir bitte, dahinter ist was. Hm, okay. Ja, ist zumindest ein gross Preis. Aha. Aha. So, jetzt wird's spannend. ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, dein Tassenschalter. Leber, dankeschön, seid ihr bereit, ich nicht, der ist nicht zu verschieben. Gut, aber ich habe aufgeräumt, hatten wir den weggeschoben? Könnte ich an den ran müssen? Vata 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 Vata, der Schipa. Schipa? 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 Ja. Ist der Schipa? Hatten wir eben ausprobiert. Antwort ist, nee. Okay. Haben wir das? War wichtig. Abholen. Brauchst du immer. Benutze ich zwar nie, aber besser haben als brauchen. Okay. Das war das. Okay. Schön, dass ihr das designt habt. Na ja. So, höre ich jemand? Oha. Ah, das haben kleine Menschen gebaut. Oh Gott. Sandy durch. Klickst du hier runter? Ich glaube nicht. Was ist hier unten? Na ja. Kommt da jemand? Es gibt hier aber auch keinen Schalter. Ist halt mega blöd gebaut hier. hätten sie lassen können das ist ein bisschen anstrengend hier ist ein weg als club hinten dann auch hier ist auch ein weg dann halt mich ist ja noch schlimmer aha das war sinnvoll sagt wird es sind nur zwei sagt wird es sind nur zwei es sind mindestens drei es sind 5 boha na gut warum nicht also drei von den füchern noch gleich nicht einfach das nehmen ok das ist das haben wir was für oben wann haben wir den gefunden ach warte mal kann man schlüssel mal das vielleicht um einsetzen müssen oder doch das wäre echt mies das wäre richtig mies ich habe es nicht ausprobiert nicht gut gar nicht gut so folgendes setzt jetzt schon verwirrung ein noch nicht gleich erst also oben könnten wir ausprobieren jetzt keinen schlüssel noch ich kann natürlich auch umgehen also dass ich dass ich draußen land muss vor dem tempel warte 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 den raum habe ich fast vergessen hatten wir da schon den kammer schlüssel ja ne hatten wir es nicht ausprobiert habe ich gespeichert na ok na gut die beiden dinge einzusetzen gilt die beiden dinge einzusetzen gilt auch gott lever prächtig prächtig oh gott ich glaube so ein bisschen wir setzen nur um irgendein teil ein was hier rauskommt vermutlich ok wir können den kammer schlüssel noch mal ausprobieren bei den rädern wenn nicht muss man ein paar stück zurück das level ist ja noch größer wird schon wird schon so warte mal erst mal hier ne 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 ich bin so verwirrt wir kriegen das hin da waren da nur zwei dinge gut aber mal zu kontrollieren kann es schaden es waren ja noch mehrere schlösser was war denn da mit dem pool achso wir probieren das ja gut stimmt das war ja hier wir probieren das schnell mal sehr gut hier hoch dass ich da vielleicht das ding einsetze mal schauen mal schauen mal schauen ok cool ich habe gespeichert der ging ja auch ja sehr cool oder haben wir es vorhin ausprobiert ne ne ok der aber auch nicht ne würde keinen sinner geben aber wer weiß das gibt es hier oben irgendwas anders ne 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 das hier kann ich das einfach rüber zu springen können na gut so wie geht das auf na gut haben wir das schon mal geklärt ich mache mir das Leben auch immer selbst schwer. Das ist mir gerade nur so aufgefallen. Das wäre noch eine Option. Schön, dass die Dinge jetzt anbleiben. Diese großen Tische. Das wundert mich halt hier. Was ist das? Aber hier war ja kein Schlüssel noch. Scheiße. Na gut. Na gut. String mich an dabei. Sorry. Ich wollte keinen Druck aufbauen. Ne, hier war das Ding. Ey, wir müssen Hongkong mal freischalten können. Oder wir sehen es halt einfach nur von der anderen Seite. Schwierig, ja. Okay. Da haben wir gespeichert. Wann das? Ah, der Profi. Hol rein. Okay. Das hätten wir geklärt. War am Anfang Schlüssel noch? Ja, die meinte ich. Ich glaube, hat man das nicht hier schon getestet? Oder nur mit dem anderen? Okay. Da war ich ein bisschen wahrgebotig. Gebe ich zu. Bäm. Nein. Okay. Wir hatten das getestet, oder? Naja. Das war das. Komisches Protest. Komisches Protest. Mhm. Mhm. Sie ist doch sonst von alleine gesprungen. Hm. Aber war hier was für ein Schlüssel? Ja, am Ende, ne? Ja. Da waren wir auf jeden Fall. Hier war nix. Ne. Ne, ne. Ne. So. Da war das Ding. Ich glaube hier nicht. Ich weiß, ich kann ja immer noch raus. Ich hab irgendwie das Gefühl, erst hier drinnen alles. Ah, obwohl. Wer weiß, wer weiß. Ja. Würde ich sagen, ich mache meinen Part Schluss. Entweder suchen wir, okay. Entweder suchen wir nächste Runde nochmal. Oder ich gucke halt im Video rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und in drei Tagen kommt der nächste Part. Ja. Bis dann.